Das Matthäus-Evangelium wurde vom Apostel Matthäus verfasst. Dass diese Aussage richtig ist und dass die altkirchlichen Zeugen damit zuverlässig sind, als so mancher heutzutage sogenannter liberaler Theologe, haben wir ja bereits ausführlich dargestellt. Das bedeutet, es gibt beste Gründe, textinterne wie externe Evidenz, dass das Matthäus-Evangelium ein Werk des Apostels und des Jesus-Jüngers und damit des Augenzeugen Matthäus gewesen ist. Und wir haben auch festgestellt, dass die Argumente, die gegen die altkirchliche Tradition hervorgebracht werden, derart schwach sind, dass sie in einem wissenschaftlichen Kontext eigentlich keine Erlaubnis haben, standzuhalten. Wenn wir das Evangelium dem Apostel Matthäus zuschreiben, können wir ein Szenario zeichnen, das zeigt, dass die Evangelien direkt auf Augenzeugenberichten basieren. Denn der Apostel Matthäus war nicht nur bei öffentlichen wirkungsmächtigen Reden und Taten Jesu anwesend, sondern war auch noch Zöllner. Zöllner hatten immer einen sozusagen Notizblock bei sich, um gewisse Dinge zu notieren, die ihnen unterwegs unterkamen und sich im Notfall wichtige Dinge aufzuschreiben. Und wenn wir annehmen, Matthäus sei mit einer Schiefertafel direkt neben der Bergpredigt gestanden, dann lässt uns dies vermuten, dass wir tatsächlich den authentischen Wort laut Jesu haben. Neben allen anderen Argumenten ist dies eine logische und wirklich durchgängig dies bestätigende Zusatzannahme, der wir tatsächlich verdanken können, dass wir das Neue Testament nicht nur aus diesem, sondern auch aus anderen Gründen, aber auch unter anderem aus diesem Grund als historisch zuverlässig beschreiben können. Nun ist es auch logisch, dass Jesus, wenn er denn mit seinen Jüngern manchmal Aramäisch sprach, Matthäus seine Werke auch oftmals auf Hebräisch oder auf Semitisch geschrieben hat. Das bedeutet, wenn wir tatsächlich damit rechnen können, dass Matthäus sein Werk übersetzt habe, beziehungsweise dass Matthäus das, was er aufgeschrieben habe, seine Notizen aufgeschrieben hat, dass er die dann noch ins Griechische übersetzt hat, um es eben einem breiteren, nicht-semitischen Publikum zugänglich zu machen, ist dies ebenfalls eine logische Annahme, da Griechisch damals die Verkehrssprache war. Eine Sache dürfen wir dabei nicht aus den Augen vergessen. Matthäus war als Zöllner und Steuereintreiber ein internationaler Mann. Das bedeutet, er hatte mit vielen Grenzgängern zu tun, er hatte mit vielen Menschen zu tun, die aus anderen Kulturen kamen und musste somit die Verkehrssprache Griechisch sicher beherrschen, wie auch der Zimmermann Jesus von Nazareth es tun musste. Auch Petrus als Fischer und der im Fischverkauf tätig war, hatte internationale Handelskontakte, sodass es müßig wäre zu sagen, er habe kein Wort Griechisch gekonnt. Inwiefern man das als ausgezeichnetes Griechisch bezeichnen kann, ist hier selbst dann relevant, wenn man nur ein paar Brocken Griechisch spricht, denn es reicht zur Alltagsverständigung. Matthäus jedoch hat mit Sicherheit Griechisch gekonnt, da er als Zöllner eben internationale Handelskontakte pflegte. Das bedeutet, selbstverständlich kann er authentische Eindrücke der Urgemeinde auf Hebräisch festgehalten und sie dann für ein größeres Publikum auf Griechisch übersetzt haben. Und dass wir die hebräischen Notizen heute nicht mehr haben, könnte schlicht und ergreifend daran liegen, dass wir eben das Matthäus-Evangelium haben, das aufgrund ihrer griechischen Sprache eine weitere Verbreitung gefunden hat. Und dass es so abgelaufen ist, untermauert uns auch nicht nur die altkirchliche Tradition generell, sondern ein besonders früher altkirchlicher Zeuge, ein Kirchenvater, der es wissen muss, da er zum Beispiel Kontakte zu Polycarp von Smyrna hatte und der ja wiederum zum Apostel Johannes und vermutlich auch zu Johannes dem Presbyter. Wir erfahren von Eusebius in seiner Kirchengeschichte ein Zitat aus dem fünfbändigen Werk des hierapolitanischen Bischofs und Kirchenvaters Papias. Und hier hält er eine kurze Aussage über das Matthäus-Evangelium fest. In seinem Werk hat Papias geschrieben, Matthäus stellte in hebräischem Dialekt die Logien zusammen, es vermittelte sie aber jeder so gut er konnte. Über den von Papias erwähnten Matthäus ist aus dem Neuen Testament bekannt, dass er eben ein Zöllner war und somit mit Sicherheit sowohl hebräisch als auch griechisch sprach. Also kann dies schon mal passen. Aufgrund der Annahme, dass Papias Wirken mit Polycarp zusammenfällt und gewissen Kaisern, die zeitlich einzugrenzen sind, fällt sein Werk wahrscheinlich auf 95 bis 110 nach Christus. Das macht die Notiz des Papias noch zu einer besonders frühen Nachricht, denn in der frühen Kirche, in der alten Kirche stellt dies einen sehr frühen Zeitrahmen dar und sogar vermutlich noch die Lebzeit des Apostels Johannes, sodass wir auf jeden Fall von einer Frühheit, von einem höheren Alter der Papias-Tradition sprechen können. Das bedeutet, tatsächlich bezeugt uns Papias nicht nur, dass Matthäus das Matthäus-Evangelium verfasst hat, sondern dass er, und das ist ebenfalls interessant, dass er die Logien auf Hebräisch, in einem hebräischen Dialekt zusammenstellte. Was ja nur logisch ist, wenn er eben, wie mit seinem Notizblock eben, den er immer bei sich trug, wichtige Dinge, die ihm wichtig erschienen, die Jesus vermittelte und tat, eben aufschrieb und dann das ganze Werk auf Griechisch übersetzte, weil die Menschen, die nicht Griechisch konnten, ebenfalls Zugang dazu erhalten sollten. Und wenn man jetzt in die Diskussion um die Glaubwürdigkeit der Papias-Notiz zum Matthäus-Evangelium einsteigt, scheint zunächst einmal alles für dessen Authentizität zu sprechen. Doch es ist damit auch nach dem Zweck zu fragen, den Papias oder sein Gewehrsmann mit der Angabe über einen semitischen Ur-Matthäus verfolgt haben könnte. So zum Beispiel wird oftmals gesagt oder wird manchmal gesagt, dass es sich genauso, wie es eben Parallelen in der antiken Welt gibt, auch bei der Papias-Notiz um nichts Geringeres handele als um eine Übersetzer-Legende oder eine Übersetzungslegende. Als Übersetzungslegenden kann man Dinge und Konstrukte bezeichnen, die in der griechisch-römischen Antike seit der Zeit des Hellenismus nachweisbar sind. Die angebliche Übersetzung ist ein Mittel der antiken Fälscher, ihren Erfindungen den Schein der Echtheit zu verleihen. Und mittels einer Übersetzungslegende wurde den Lesern eine angeblich alte Schrift plausibel gemacht, warum diese ihnen trotz ihres bedeutenden Inhalts viele Jahrhunderte lang unbekannt geblieben war. Es lag daran, dass der Text in einer den Lesern unverständlichen Sprache verfasst worden war. Der angebliche Übersetzer trat dann mit der Behauptung auf, den Text seinen Lesern erstmals in ihrer Sprache zugänglich zu machen und ihn dadurch nach Jahrhunderten der Vergessenheit zu entreißen. Neben den Übersetzungslegenden dienten auch Auffindungslegenden als Mittel, die Echtheit gefälschter Schriften vorzutäuschen. Häufig kombinierten die antiken Fälscher dabei diese beiden Kunstgriffe miteinander. So ist im 5. Jahrhundert ein Fälscher der Akten des Prozesses Jesu verfahren. Im Fall des griechischen Matthäus-Evangeliums und der Papias-Notiz wurde dies zwar in Erwägung gezogen, aber in diesem Fall kann eine Übersetzungslegende aus mehreren Gründen keinen vergleichbaren Zweck erfüllt haben und scheidet als Erklärung somit aus. Zunächst einmal ist es wichtig, dass es sich beim Matthäus-Evangelium zu Beginn des 2. Jahrhunderts nicht um eine alte Schrift, deren hohes Alter durch eine Übersetzungslegende plausibel gemacht werden musste, handelte. Das Matthäus-Evangelium war Anfang des 2. Jahrhunderts, was auch zum Beispiel Zitate im 1. Clemens-Brief und Zitate bei Polycarp zeigen und frühe Manuskriptbefunde zeigen und die Kirchengeschichte grundsätzlich zeigt, Das Matthäus-Evangelium entstand im 1. Jahrhundert und das Matthäus-Evangelium hatte zu Beginn des 2. Jahrhunderts eben eine weite Ausbreitung erfahren und war erst einige Jahrzehnte alt gewesen. Zweitens handelte es sich beim Matthäus-Evangelium zu Beginn des 2. Jahrhunderts, wie bereits gesagt, nicht um eine unbekannte Schrift, deren plötzliches Auftauchen durch eine Übersetzungslegende plausibel gemacht werden musste. Das griechische Matthäus-Evangelium war, wie Zitate in den Schriften der apostolischen Väter zeigen, zu Beginn des 2. Jahrhunderts bereits als maßgebliche Quelle für das Leben Jesu und als heilige Schrift anerkannt. Drittens handelte es sich beim Matthäus-Evangelium schließlich anders als bei den erwähnten Prozessakten auch nicht um eine inhaltliche Fälschung, deren Echtheit den Lesern gegenüber durch eine Übersetzungslegende begründet werden sollte. Das griechische Matthäus-Evangelium galt Papias, und seinen christlichen Zeitgenossen als glaubwürdiger Bericht über das Leben Jesu Christi und als heilige Schrift. Aus Sicht des Papias könnte eine Übersetzungslegende allenfalls den Zweck gehabt haben, die historische Glaubwürdigkeit des Matthäus-Evangeliums, die er bereits voraussetzte, weiter zu verstärken. Aber wenn wir sehen, diesen Einwand, wenn wir den genauer uns ansehen, dass Papias eine Übersetzungslegende allenfalls zum Zweck fingiert habe, die historische Glaubwürdigkeit des Matthäus-Evangeliums zu verstärken und eine Übersetzungslegende des Papias für das Matthäus-Evangelium einen ähnlichen Zweck erfüllen sollte wie die Markus-Notiz, also dass das Markus-Evangelium auf den Apostel Petrus zurückgeht oder auf den Dolmetscher des Apostels Petrus, was wir bereits als historisch glaubwürdig auch erwiesen haben, dann hätte das eben einen solchen Zweck erfüllt. Doch dagegen, dass Papias seine Matthäus-Notiz für diesen Zweck fingiert haben sollte, sprechen außerdem ihr kultureller Kontext und ihr Umfang. Zur Zeit des Papias im frühen Judentum und im frühen Christentum war die Ansicht verbreitet, die griechischen Übersetzungen heiliger Schriften seien nur dann akzeptabel, wenn sie durch wunderbare Begleitumstände als vom Geist Gottes inspirierte Texte gewesen worden waren. Dies ergibt sich aus der Inspirationslegende, die seit der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus für die Übersetzung des hebräischen Pentateuch ins Griechische nachweisbar ist. Philo von Alexandrien hielt es für erforderlich, die Autorität der Septuaginta dadurch abzusichern, dass er sie auf einen übernatürlichen Inspirationsvorgang zurückführte, obwohl mehrere Übersetzer dieselben hebräischen Texte unabhängig voneinander ins Griechische übersetzen, hätten ihre Übersetzungen wörtlich miteinander übereingestimmt. Auch Irenaeus von Lyon begründete seine Überzeugung, dass es sich bei den griechischen Übersetzungen der biblischen Bücher um göttliche Schriften handelte, mit diesem Inspirationsgedanken. In einem solchen kulturellen Umfeld bestand die Gefahr, dass die Nachricht, das in der Christenheit gebräuchliche Matthäusevangelium sei lediglich die Übersetzung eines apostolischen Originals kontraproduktiv wäre. Statt eventuelle Zweifel an der Autorität des griechischen Matthäusevangeliums auszuräumen, hätte die Matthäusnotiz des Papias das Potenzial, solche Zweifel zu verstärken oder erst hervorzurufen. Ja, und wenn Papias zudem eine Übersetzungslegende fingiert hätte, um die Glaubwürdigkeit des Matthäus-Evangeliums zu unterstreichen, warum hat er sie dann so knapp gehalten? Warum hat er sie nicht weiter ausgeschmückt? Diese Knappheit dieser Notiz fällt nicht nur im Vergleich zu anderen antiken Übersetzungslegenden ins Auge, sondern auch im Vergleich sogar noch zur Markusnotiz des Papias. Um den gewünschten Erfolg zu erzielen, hätte ein Erfinder einer solchen Mitteilung sie ausführlicher und deutlicher formulieren müssen. Ein überzeugendes Motiv, das Papias oder seinen Gewehrsmann bewogen haben könnte, Anfang des 2. Jahrhunderts die Nachricht von einer semitischen Urfassung des Matthäus-Evangelium zu erfinden, ist nicht vorgeschlagen worden. Problemlos lässt sich der Zweck der Matthäusnotiz des Papias dagegen erklären, wenn sie dazu dienen sollte, den Lesern des Matthäus-Evangeliums zu erklären, wo das Matthäus-Evangelium herkam und wie es entstand. Somit ist die Matthäus-Notiz des Papias eine frühe Notiz, eine Notiz, die von anderen Kirchenvätern geografisch unabhängig bestätigt wird, die vor dem Hintergrund der Ausbildung und des Lebens des Apostels Matthäus und der antiken Gepflogenheiten und der antiken Schriftkultur plausibel erscheint, das man sich grundsätzlich gut vorstellen kann und die Matthäus-Notiz kann als historisch zuverlässige Tradition gesehen werden, weil wir es bei dieser Tradition mit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit einer Übersetzer-Legende zu tun haben, weil eine Übersetzer-Legende diese nicht plausibel erklärt. Es fehlen Analogien zu den Übersetzer-Legenden, es fehlt ein klares Motiv und es fehlen typische Anzeichen. Zudem fehlt neben der Motivation auch die Übereinstimmung mit dem kulturellen Kontext, sodass der Vorwurf, Papias habe diese Notiz absichtlich erfunden, als Übersetzer-Legende ausscheidet, weil sie nicht plausibel ist. Was bedeutet das für uns? Dass uns Papias von Hierapolis und die anderen Kirchenväter zuverlässig die Tradition überlieferten, unabhängig voneinander und historisch zuverlässig, dass die neutestamentlichen Evangelien auf Apostel zurückgingen, auf apostolische Autorität. Wäre dies nicht der Fall gewesen, so zeigt die Kirchengeschichte, hätten die Kirchenväter diese Schriften mit ziemlicher Sicherheit nicht als Kanon oder als zugehörig zum Kanon der Heiligen Schrift anerkannt. Ohne eine apostolische Autorität, die hinter einer Schrift stand, ist es undenkbar, dass man eine Schrift in die Bibel aufgenommen hätte. Das bedeutet für uns, dass Matthäus nicht nur das Matthäus-Evangelium verfasst hat, sondern dass das Matthäus-Evangelium auf Notizen des Apostels Matthäus zurückgeht, die er bereits machte, als er noch mit Jesus zusammen war. Dies alles zeigt, dass die neutestamentlichen Evangelien auf das älteste Material überhaupt zurückgehen und dass wir dem historischen Jesus damit so nahe kommen, dass wir nur die Evangelien zu lesen brauchen, um zu erfahren, wer der historische Jesus war.